Ja, da sind wir wieder zurück bei Minecraft und... Äh... Ja... Wie kommen die Hunde hier her? Toll. Ja gut, äh, jedenfalls. Zurück bei Minecraft, äh, heute mit dem Wolfhound-Texturen-Pack. Und, ja, passend zum Thema sind die Hunde auch hier. Ähm, ja, heute wieder alleine, denn... Ich glaube, Kai ist schon im Bett. Und, ja, da mir die Folgen mal wieder ausgegangen sind, habe ich einen Wassereimer. Ist das der Wassereimer? Okay, das ist der Wassereimer. Äh, ja, die Folgen sind mir mal wieder ausgegangen, da habe ich mir gedacht, ich nehme schnell nochmal eben ein paar neue auf. Und, ja, wir sind immer noch hier in der Höhle und mal sehen, was uns hier noch so erwartet. Was ist das da jetzt? Ist das... Gold? Redstone? Ne, Redstone kann ja nicht sein. Toll. Hm, also das ist auf jeden Fall Kohle hier. Alles sieht plötzlich wieder so anders aus. Achso, kann ich da nicht auch meine... Die hat Haltbarkeit, die hat Glück. Dann kann ich doch für die Kohle eigentlich auch diese hier nehmen. Wenn das für die Kohle auch gilt, was ich mal hoffe. Ich weiß es nicht genau. So, oh. Oho, Diamanten. Habe ich Platz? Ja, das sieht mir doch sehr nach Diamanten aus. Oh, da sind auf jeden Fall zwei rausgekommen. Mal gucken, ist hier vielleicht noch mehr. Oh. Okay, da haben wir ja schon mal einen schönen Glück gehabt hier. Direkt hinter der Kohle ein bisschen Diamanten. So. Achso, das ist denn wohl jetzt hier Redstone. Nehme ich mal an, ja. Okay, ähm, gucken wir mal eben. Fünf Diamanten. Sehr gut. So, und, äh, habe ich überwiegendes... Ja. Gut, die Monster sind an. Ich wusste es gerade nicht mehr, ob ich zwischendurch irgendwas gemacht habe. Na gut, dann, ähm, ja, gucken wir doch mal. Hier ist es dunkel und da sind böse... Böse Männer, die mag ich nicht. Geht weg. Hilfe, Hilfe. Ich frage mich gerade, warum ist der da mit Blumen bewachsen? Hilfe, geht weg. Hilfe. Ja. Das war es dann auch mit unseren Hunden. Zumindest drei davon, was ist das? Achso, das ist bestimmt... Spinne. Oh. Da oben ist ja auch noch was. Oh, und hier ist ja noch Kohle. Die nehme ich da nochmal mit. Ähm, ja, das war es mit drei von unseren Hunden. Ich hoffe, die anderen bleiben jetzt da, wo sie sein sollten. Nicht, dass die hier auch noch herkommen und auch abkratzen. Und wenn wir dann zu Hause sind, haben wir einfach mal wieder gar keine und dürfen nochmal wieder losgehen. So, da ist Kohle, da... Oha, Creeper. Ja. Und mein Schwert sieht auch nicht mehr so gut aus. Habe ich zufällig noch... Ah, ich hatte noch... Oh. Okay, ich war scheinbar letztes Mal vorausschauend und habe ein zweites Schwert eingepackt. Das kennt man ja jetzt so... Achso. Kennt man ja so gar nicht von mir. Und hier ist wieder so eine Buggy-Spinne irgendwie. Äh. Stirb. Gut. Irgendwo höre ich noch Zombie, aber... Ich hole erstmal hier die Rohstoffe. So. Ich denke irgendwie auch immer die ganze Zeit, dass die wäre Cobblestone, weil der einfach... aus anderen Texturen-Ergebnis ist man das ja irgendwie so gewohnt, dass das Cobblestone ist. Aber... Naja. Neues Texturenpakt. Neue Texturen. So. Kohle. Kohle kann ich gar nicht mitnehmen. Ähm. Redstone. Hier kommen die Erde, schmaß ich mal eben weg. Kohle kommt mit. Wie sieht denn hier überhaupt... Pflasterstein, was ist das? Gammelfleisch. Wie sieht denn der Cobblestone aus? Achso. Okay, Cobblestone sieht hier so aus wie der Zwiebelstein in den anderen. So. Hier ist alles sicher. Das da ist Gold, nehme ich mal an. Oder ja. Ne, kann auch Eisen sein. Keine Ahnung. Mal eben gucken. Das ist Eisen-Erz. Das hier kann ich nicht aufsammeln, denn ist das bestimmt Gold. Hier kam das Fleisch weg. Gold-Erz. Ja, genau. Gut, das kommt mit. Äh, da oben ist noch Lapis-Lazuli. Ist da noch mehr? Oh ja, da ist noch mehr. Äh, achso. Und es sind hier übrigens keine Monster. Ich gucke lieber nochmal eben. Da ist nochmal Gold. Okay, hier ist scheinbar alles ruhig, denn holen wir uns doch den Kram nochmal eben, den ich auch wieder nicht mitnehmen kann. Äh, ein Steak. Eisenbarren, Glas, Scheiben, Reitern, Feuerzeug. Eisenbarren, Glas, Scheiben, Reitern, Feuerzeug. Kommen hier sieben Stöcke. Achso, übrigens hier tun wir die Items kann auch mal weg, den brauchen wir nicht. Ähm, so, hier war da... Ja, genau, hier ist noch was. Da ist noch mehr. Das nehmen wir alles mit. Die Kohle nehmen wir auch mit. Und dann mal sehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir hier rauskommen. Ich glaube, das war auch gar nicht so schlau, hier reinzugehen und dann die Aufnahme abzubrechen. Und auch beim Reingehen waren wir ja auch ein wenig planlos. Wir sind ja einfach mal so drauf losmarschiert, ohne uns groß drum zu kümmern, wo wir jetzt hingehen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man keine Kohle mehr mitnehmen kann. Ähm. Hm. Achso, ach komm, hier ist eine Steak. Komm weg. Ähm. Wenn man mit einem Partner spielt, dann quatscht man immer und achtet gar nicht so doll drauf, was man eigentlich macht und wo man so hingeht. Das ist Eisen. Irgendwo ist eine Spinne. Aber nicht hier. Na gut. Dann muss ich ja mal sehen. Jetzt mit der Glücksspitzhacke kriegen wir natürlich auch mehr... Oh. Achso, ich dachte, da geht's weiter. Kriegen wir natürlich auch mehr Rohstoff zusammen. Da muss ich mal sehen, dass ich irgendwas noch wegschmeiße. Ansonsten... Sind unsere Taschen bald gefüllt. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Da ist Eisen. Hier geht... Oh oh, da geht's irgendwo hoch. Will ich da hoch? Ich weiß es nicht. Hallo? Ich höre ein Ende. Also da kommt erstmal... Nein. So. Eine Fackel dahin. Hier geht es wieder irgendwo runter. Da ist Kohle, da ist Kohle. Hier ist noch mehr Wasser. Achso, ich dachte, hier geht's jetzt nach da unten, aber scheinbar doch nicht. Ähm... Will ich hier denn hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie tief sind wir eigentlich. Da ist ein Bogenschütze. Von hier bin ich gekommen. Ja, von hier bin ich gekommen. Was war hier? Hier war nichts. Doch. Oh, hier geht's auch noch weiter. Na gut. Dann gucken wir doch erstmal... Oh. Da ist Lapislazuli. Na gut, kämpfen wir hier mal eben unseren Wasser... Naja, Eimer ist das ja nicht. Unser Regänzgläschen hier. So, und hier nochmal. Und da oben ist Licht. Ach, da ist noch mehr Lava. Okay. Gut, nicht, dass uns hier ein Malheur passiert. Das wäre nicht so schön. Oh, hier ist noch Kies an der Decke. Das ist doch Kies, oder? Ja, das ist Kies. Okay, ähm... Da hinten ist Lapislazuli. Oh, alt... Ne, Redstone. Ah, scheiße. Okay, ähm... Ja, komm, hier Wasser nochmal eben da drüber. Dann hoffe ich mal, hier ist keine Lava mehr. Nein. Oh, das bringt aber ordentlich was. Ähm... Jetzt wäre es eigentlich praktischer, hier so eine Spitzhacke mit... ...dem Ding... Oh, ich habe ja auch ein verzaubertes Eisenschwert. Okay, hier kommen Glasscheiben. Können wir uns jederzeit neu machen, brauchen wir nicht. Äh, jedenfalls... So eine Spitzhacke mit... Äh... Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Jedenfalls, dass man die Blöcke... Ja, das können wir auch schon nicht mehr mitnehmen. Äh, abbauen kann... Äh... Wir können wesentlich mehr im Inventar unterbringen und können das dann einfach zu Hause nochmal wieder hinbauen und nochmal wieder abbauen. Aber naja, wir haben diese Spitzhacke nicht, also muss es jetzt auch so gehen. So, Kohli... Kohli... Kohli können wir auch nicht mehr mitnehmen. Ähm, ja. Sechs Pfeile weg. Ich glaube, ich muss noch jede Menge wegschmeißen, bis wir hier wieder rauskommen. Äh, von da bin ich gekommen, glaube ich. Oh, Redstone. Oh, Lapis Lazuli. Was wir ja nicht mitnehmen können. Ja, klasse. Ach doch. Das können wir mitnehmen, den Redstone können wir aber nicht mitnehmen. Hm, ja, okay. Komm, Leitern brauchen wir auch nicht. Können wir uns auch jederzeit neue machen. Oh, da ist ja noch Kohli. Oh, noch mehr. Das hier etwa noch ein zweites Vorkommen. Ja, sieht so aus. Gut, ich hoffe, da ist nicht nur Emila, war jetzt hier unter dem Obsidian. Und ich mache euch mal ein wenig Licht. Ich bringe euch Erleuchtung. So. Kohle, Dankeschön. Äh, und jetzt hier? Nee. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Von da? Hm, ja, könnte sein. Oh, Eisen. Ich habe irgendwann völlig die Orientierung ja nie verloren. Also, Eisen kommt mit. Da ist noch mehr. Wo war denn das eben eigentlich, wo ich das Skelett da gesehen habe? Das war doch... Moment, hier ist wieder der Kies. Von da unten sind wir gekommen. Hier war das. Hast du, genau. Oh. Ich sehe da jemanden planschen. Kann ich da... Nein, nein, nein. Vielleicht mal eben... So. So. Und... So. Und... Komm schon. Auf die Beine. Und noch mal. Gut. Der wäre erledigt. Da ist Gold. Oh, hier waren wir aber auch schon. Oder ich. Oder... Keine Ahnung. Ich glaube, das war das letzte... Ja, Creeper. Scheiße, 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 scheiße. Toll. Ja, was? Wo? Lass mich in Ruhe. Huh? Wie sieht der denn aus? Ähm... Ja, das Wasser kann ich scheinbar nicht ausmachen. Aber ein wenig Licht kann ich jemals verbreiten. Oh, ein Zombie. Oh, ach du scheiße. Ja. Vielen Dank.